Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LX19 auf der Hof Bergmann Zoo. Jetzt sind erstmal unsere Tierchen dran. So fangen wir an mit den Hühnern. Die stehen wir hier einmal parat. Einmal wässern. Wurstermarsch hat nicht gereicht. Brauch einen Nachschub. Müsst wahrscheinlich wieder mal vor Hühnchen vor Klingeldingen. Die fressen mir systematisch die Haare vom Kopf. Aber egal. So. Jetzt habe ich noch die Ernte zu verkaufen. Ein bisschen Kompass zu verkaufen. Angesehen das ist ja alles. Jetzt haben wir sozusagen etwas Hofarbeit. In den nächsten Folgen. Wir fangen heute mit unseren Tierschen an. Gerade bei den Hühners. So. So. Das ist full. Wie sieht es hier aus? Oha. Ausmisten. Offschütten. Oder gibt es. So. Ich bin ja so gehypt auf die Hof Bergmann LS22. So. 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 Es hängt teilweise von der Art und Weise weiß wie man spielt ab. Der legt Mehrwert auf das, der andere legt Mehrwert auf das und dadurch kann man hier den einen oder anderen Fehler oder Bug aufdecken, der vielleicht nicht so richtig funzt. Aber es liegt halt immer an der Menge an Testern und der Art und Weise wie man zockt. Hühner, wo seid ihr? Hühner? Ne, jetzt noch ein Stück Kacke, ich habe aber schon wieder 10 Milliarden Tier, wenn ich die Sache sehe. Da können wir uns halt erstmal schlicht um die Hühner und ich sagen, da werden wir ein bisschen was verkaufen. Was wir ja im 19er nicht ganz gut gelöst haben. Und so, die haben sich wieder ein bisschen besser gelöst. Ich muss ja jetzt hier die Insel anklicken. Das finde ich halt ein bisschen tricky. Das muss ich sagen. Aber was willst du machen? Ich muss erstmal Auslöche jetzt um die Hühner. Davon wieder ein bisschen was. So. Das ist voll. Und leider Radlatter, oder Kompaktlatter. Ist ja viel mehr ausmisten. zack welchen hab hat der auch noch hier auch gesehen muss ich es in meiner Schande gestehen die haben wir ja schon auf vier Betriebsstunden hatte ich mir auch noch einen Buckel in Tagen weiß ich es gar nicht so fahren wir noch in flexel so auf die Uhr ob ich hier durchschubsen so so bei Gelegen muss ich mal sehen dass hier auch ein paar Zirchen los wäre bei den Hühnern oha müssten sie auch mal umlobern so 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 ich weiß nicht ob jetzt müssten wir komplett rein gehen aber versuch es Das war die erste Leitung. Und die Tierschenkühne und Blinkkühne-Kohi haben. So. Erstmal alle Tiere versorgen und gucken wie wir hier ein bisschen ausdünnen können. Hier machen wir noch nichts. Jetzt ist aber voll 28, 30 oder fast die Hälfte raus, also die Hälfte fast verkaufen. Klingt zwar krass, ist aber so, wenn wir 14, wenn wir 15. Darum kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Die E-Pfeile. Erstmal hier Tiere versorgt. So, das haben sie erstmal genug. So. 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 aber bei VOLDI ist geblieben was lehnen wir noch? ich muss mal kurz was gucken äh RIGITRAG ne auch bei den kompakten mit dabei was ist denn den ich habe? der ist elektrisch oder der ist nie elektrisch der größere ist nicht elektrisch und der größere elektrisch war bei Uniflicht auch da hier noch ein DLC ist es ist nicht alles Oh ja. Brauche ich immer zack. So. 1, 2. Fertigen. 1, 2. Fertigen. So, was brauche ich? Zack. So. Gut frühstücken. Nehmen Sie einen E-Blower. Das will ich jetzt den Radlader her beamen. Helelader. So. So. Jetzt was nützer Stroh. 120 Kilo. 300 Eis. Im Wert her. So. Außer kriegen die gleich die Kui auf der Weide. Auch gleich. Aber hier ist wahrscheinlich noch eins nach dem anderen. drin. Da sind versorgt. Hier ist noch Platz. Passt. Auf zur Weide. barely hoch. Ettlich. So, jetzt ins Ausmisten, oben. Also ein Elektro-Trakter hat das Ding scheiß Bremsen. Und ich kann es mit dem Traktor vielleicht weniger vergleichen, aber ich kann Elektromobil vergleichen, weil ich auf Arbeit auch so eine E-Pfeile fahre. Und da brauchst du teilweise die Bremsen, das muss man ziemlich angucken, dann ankerst du das Ding. So krass es klingt, so muss ich es auch sagen. Also die Elektro-Teile sind in Sachen Bremsen sind die böse. Muss ich leider so sagen. So, dann abkoppeln. Schon wieder drei Kälbchen, aber kommen wir uns dann nochmal ausgemistet an drum. Müssen wir auch schmammisten. So sieht es auch gut aus. Auf der Mistplatz sieht es auch gut aus. So und zack. So, 40% haben wir unten noch die Segwunder Mistplatte gleich mit ab. Nimm ich auch wieder leer. Da können wir die für die Hühners auch wieder gut füllen. Das ist auch voll. Oh, da ist reingepasst. Oh, hab ich das Ding noch da? Eine Mistplatte? Oder? Oder noch selten das? Isis? Ne. Diverses? Ne, ist Uni. Ne. Die Haltung vielleicht? Ne. Das ist Technik und Design. Oder habe ich den Spaß wieder rausgeschmissen? Das kann nur das hier. Gucken wir mal jetzt durch. Ne. Ne. Nein. 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 Ich hab's gehört, dass das Ding zu Ende ist, aber nein. Ne. Ne, ist doch das was. Nö. Schon mal wieder rausgeschmissen. So, aber ich komme jetzt erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.